Zwei reichen, warf Luise ein. Die Leute sollen ja bloß was in der Hand haben und sich nicht vor der Suppe schon satt essen. Schau, Luise, du verstehst wenigstens, um was es geht. Aber warum Suppe? Meinst du nicht, dass die um diese Jahreszeit ein bisschen zu warm ist? Dann serviert deinen Gästen halt eine Gazpacho. Johanna Fink knifft die Augen zusammen. Ich weiß nicht. Dann glauben die womöglich, es gäbe bloß Schunkust. Oder was denkst du? Luise blieb ihr eine Antwort auf diese Frage schuldig, da Tischler im selben Moment die Dienststelle betrat. Fink atmete erleichtert durch. Guten Morgen zusammen. Aha, hoher Besuch, grüßte der Hauptkommissar in die Runde und streckte Finks Mama die Hand entgegen. Herr Hauptkommissar, das ist ja schön, dass ich Sie wieder einmal treffe. Tischler schmunzelte. Nun, an meinem Arbeitsplatz ist es nicht unbedingt eine große Überraschung, dass man mich antrifft. Was ist denn der Grund Ihres Besuches an diesem Montagmorgen? Ist schon wieder Elternsprechtag. Fink verdrehte die Augen und war sich augenblicklich nicht mehr sicher, ob er in seinem Vorgesetzten und Kollegen einen Verbündeten gegen die beiden Damen hatte. Wissen Sie, Herr Kommissar, es geht um meinen Geburtstag. Den wollte ich etwas größer feiern. Ja, unbedingt, Frau Fink. Man wird ja nur einmal vierzig. Mei, ha, 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 sie alter Charmeur. Johanna Fink grinste den Kommissar bis über beide Ohren an. Das geht doch gar nicht. Dann wäre der Felix ja noch nicht mal mit der Schule fertig. Aber ist er angekommen. Warum sagst du jetzt gerade vierzig, warf Luise mit vorwurfsvollem Unterton ein. Bist du etwa auch der Meinung, man dürfte nur die runden Geburtstage feiern? Ach, geh schmarrn, ruderte Tischler zurück. Ich hätte genauso gut sagen können, achtunddreißig oder vierundvierzig. Wie gesagt, Mama, ich komme heute Abend mit der Marie bei dir vorbei. Dann können wir alles planen, versuchte Felix erneut, seine Mutter zu vertrösten. Ihm war die Angelegenheit in Tischlers Beisein sichtlich unangenehm. Ah, buah, mit der Marie habe ich doch längst telefoniert. Wann? Na, gestern. Da war die Marie bei mir. Ich weiß, das hat sie mir gesagt, deswegen habe ich ja schnell gemacht. Na, die Marie, die war bestimmt zwanzig Minuten auf dem Balkon mit ihrem Telefon. Johanna Fink schüttelte den Kopf. Höchstens fünf. Sie hat mir gar nicht erzählt, dass du angerufen hast. Und was habt ihr da beredet? Ganz tolle Ideen hat sie gehabt, deine Marie. Zum Beispiel hat sie gemeint, dass heutzutage eine Candybar extrem gut bei den Gästen ankommt. Fink verdrehte die Augen und blickte hilfesuchend zu Tischler, der sich ebenso überfordert in dieser Angelegenheit präsentierte wie Fink selbst. Ich, also, ja, ich mag schon hin und wieder gerne was Süßes. Geh, Herr Hauptkommissar, das habe ich mir gedacht. Johanna Fink strahlte, zog einen Zettel aus ihrer Handtasche, stibitzte sich einen Stift von Luises Schreibtisch und setzte auf der Liste einen Haken hinter Candybar. Dann drehte sie sich wieder zu Tischler um. Was halten Sie denn von einer Band? Also nichts Großes. Vielleicht ein Trio? Fink atmete schwer aus. Candybar, Gaspacho, Trio. Mama, du bist dir schon sicher, dass du Geburtstag feiern und nicht heiraten willst? Also, Felix, eine große Hilfe bist du mit deinen Kommentaren wirklich nicht. In meinem Horoskop stand heute. Hören Sie auf ihr Bauchgefühl. Und das sagt mir, dass die Leute auf meiner Geburtstagsfeier tanzen wollen. Und meine sagt mir, dass sie das aber auch können, wenn ich mein Handy mit einer Playlist von deinen Lieblingsliedern an einen Lautsprecher anschließe. Johanna Fink stemmte ihre Hände in die Hüften. Sag einmal, Felix, seit wann bist denn du so ein Sparfuchs? In meinem Horoskop stand heute, auf sie wartet eine Überraschung, die ihr Leben verändern könnte, verriet Luise freudig, während sie sich wieder mit einer frischen Tasse Kaffee an ihren Schreibtisch setzte. Tischler lachte. Vielleicht gibt's ja den Herzhaften von Brunello, neuerdings im Acht-Kilo-Spar-Bakett. Dann brauchst du nur noch viermal im Jahr zum Kramer. Luise ignorierte Tischlers Seitenhieb. In Sachen Kaffee gingen die Meinungen zwischen den beiden weit auseinander. Wann hast denn du Geburtstag, Luise, erkundigte sich Johanna Fink interessiert, während sie ihre To-Do-Liste wieder in die Handtasche steckte. Am 21. April Aha, ein Stier! Ja, ganz knapp, erste Dekade. Im Grunde stand das mit der lebensverändernden Überraschung im Horoskop am Bitter drin. Aber das zählt ja auch, weil ich ja von dem bloß einen Tag entfernt bin. Da schwappt bestimmt ein bisschen was rüber. Außerdem hat mir das vom Stier überhaupt nicht gefallen. Da ist gestanden, achten Sie auf Ihre Gesundheit. Die beiden Ermittler sahen sich wortlos an, während sie den Ausführungen der zwei Damen lauschten. Endlich fasste sich der Kommissar ein Herz und wechselte das Thema, weil er spürte, dass sein Kollege bei der Kontroverse mit seiner Mutter an diesem Morgen sicher auf keinen grünen Zweig mehr kommen würde. Und was sagen die Sterne zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl? Tischler deutete auf den Flyer, der auf Luises Schreibtisch lag. Die Sekretäre nahm ihn an sich und musterte den Kandidaten, der darauf abgebildet war. Simon Döring! Mei, fesch ist er ja schon. Was sagst du zu dem, Johanna? Ich bezweifle ganz arg, dass der gegen den Gemeinwiesermax eine Chance hat. Der ist ja gefühlt seit der Gründerzeit schon Bürgermeister von Brunkriss. Du weißt doch, wie viel Angst die Leute vor Veränderungen haben. Vielleicht bringt er der mal einen frischen Wind nach Brunkriss, warf Fink in die Runde und nahm Luise den Flyer ab. Hier steht's doch, gemeinsam in eine bessere Zukunft. Dagegen ist nichts einzuwenden. Was stimmt denn mit der Gegenwart nicht? Es geht uns doch gut im Brunkriss. Freilich, Luise, ich mein doch bloß, dass ein neuer Bürgermeister möglicherweise Ideen hat, auf die der Gemeinwiesermax gar nicht erst kommt. Felix, jetzt bin ich aber gespannt. Was wären denn das für Ideen? Was weiß ich, ich kandideere schließlich nicht. Aber für die Jugend wird hier im Brunkriss zum Beispiel viel zu wenig getan. Die sind immer gezwungen, nach Traunstein zu fahren. Wir haben zum Beispiel keine Eisdille, keinen Skaterpark, von einem Kino ganz zu schweigen. Das schlöschmunzelte. Du weißt aber schon, wie viele Bewohner Brunkriss hat. Wie groß soll denn dann deiner Meinung nach so ein Kino sein? Das war doch bloß ein Beispiel. Der Kinderspielplatz zum Beispiel, der gehört auch einmal wieder erneuert. Das Klettergerüst, das schaut da raus wie eine Bauhuine und die eine Schaukel, die ist schon völlig durchgesessen. Ja, aber dafür haben wir dann ein Feuerwehrhaus, das im gesamten Chiemgau seinesgleichen sucht. Geht's der Feuerwehr in einem Ort gut, geht's auch dem Bewohnern gut, wusste Tischler und warf ebenfalls noch einmal einen Blick auf den Flyer, den Luise eifrig studierte. Fink blieb standhaft. Trotzdem, ich bleib dabei, kein Festival, kein Open-Air-Kino, nix. Ich bin der Meinung, dass man Bon Gris etwas attraktiver gestalten sollte. Dann ziehen auch wieder mehr Leute aufs Land und der Gemeinwieser hat erst letztens schon wieder einer Fast-Food-Kette eine Abfuhr erteilt. Woher warst denn das so was? staunte Tischler, wobei schnell klar war, dass er sich diese Frage hätte selbst beantworten können. Von mir, antwortete Johanna Fink stolz. Ich kenne nämlich jemanden, der einen vom Gemeinderack kennt. Sie nahm Luise den Flyer ab. Anschließend hielt sie ihn ihrem Sohn entgegen. Da würdest du mich ganz schön stolz machen, wenn du der auf dem Zettel hier wärst. Ich bin Polizei-Obermeister, was ist denn daran verkehrt? Mein, der eigene Sohn, Bürgermeister von Brunkgrüß, das wär schon was. Da würden mich alle beim Metzger vorlassen. Und dir würde ich einen ganz besonderen Janker nähen. Sie sah wieder zur Sekretärin. Was meinst du, Luise, wie alt ist der? 37. Im Flyer ist er wieder. Grundschullehrer in Traunstein ist er, verheiratet und zwei Kinder hat er. Johanna Fink zog die Augenbrauen hoch. vielleicht hat er. Heisesti hat er. ärke sagen. spiel Die die hatten auch die рим ist.